Schuhabdrücke Größe 41, das heißt, die Schuhe sind... Das heißt, er kann es doch eigentlich gar nicht gewesen sein, oder? Glaube ich zumindest. Nein, 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 nein. Sonst noch irgendwas? Vielleicht hier drin? Oder auf der Seite hier? Ein Hut! Der sieht fast aus wie meiner. Ich glaube, das war's. Befragen wir ihn nochmal. Hallö. Die Bewegung in des Opfers. Also, wer könnte Selene töten? Wo ging sie letzte Nacht, Jacob? Eine Bar, ich glaube. Schau, ich weiß nicht. Oh, Mann. Eigentlich kann ich's doch nur anzweifeln, oder? Weil... Er wurde doch angerufen von dem Typen zweimal. Ich zweifle einfach mal an. Das war falsch. Ich weiß nicht, wie ich die Glamöre ist. Wie hat sie endet mit einem Humpf wie du, Jacob? Selene war einer der ersten Mädchen Piloten. Sie... ...hung aus mit... ...mödie Starz und Royalty. Aber... ... ...wann sie hier zurückgezogen und kämpft. Das war falsch. Ja, geil. Letzter Kontakt mit dem Opfer. Ja, mein Ding sagt er die Wahrheit. Das war eh falsch, aber egal. Mordmotiv. Haha. Jetzt aber anzweifeln, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich mag ihn nicht. Warum war das schon wieder falsch? Das ist doch behindert. Alibi für Jacob Henry. Ja, ja. Also, du kannst prüfen, dass du hier zurückkommst, nachdem du deine Frau's Platz verlassen hast. Ich kam zurück hier, ich war hier all die Nacht. Ich beginne zu arbeiten um 6.30 Uhr. Ich bin nicht der Gehen-out-Type. Ist das wenigstens ne Lüge? Warte mal, da fällt mir auf. Habe ich eigentlich irgendwelche Beweise gegen ihn? Leppenstift, Schrift auf die Leiche. Äh, Abdrücke von Herrenschuhen. Gehört dem Fahrzeug in dem... ряguiert mich an drei Stück durch und dentro... Ha, 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 wartet, wartet, Lüge. Sie haben die Bar, um dir selbst ein Alibi zu geben, dann ging sie nach. Sie spielшихen und sie in den Park. Ich denk, ihr wirst ein Rossbereich, Jacob. Ihr注ically 잡te mich nicht. Ich bekomme jetzt einen Liedetektor pro Test. Wenn er den ganzen Tag zu Hause gewesen wäre, müsste er doch eigentlich... Wartet. Ha. Hoffe ich. McCall sagt, er hat gebeten und gebeten und du hast nicht aufgehoben. Ich versuchte, ihr Hilfe zu bekommen und sie rief in meinem Gesicht. Nun dann, natürlich braucht sie mich. Ich hatte genug. Jeder hat das, was ich kennengelernt. Wir werden trotzdem brauchen, Sie zu nach Hause kommen, Herr Henry. Wir können das alles auf dem Papier bekommen, Jacob. Wie du dich mit deinem Wunsch befestigst, und wie du sie verletzt hast, mit all deinen Tränen. Du verletzt meine eigene Wunsch? Du warst in einem Traum, und du kannst nicht mehr standen. Schau deine Verdammte! Also, du sagst mir, du sie liebst? Ah, die DA geht all die Gugel über die Rechte, Jacob. Au. Ach du Heiliger. Nein, ich hab meinen Hut... Wie ging das nochmal? Hä? Äh... Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich blocken konnte! Hä? Ich weiß echt nicht mehr, wie das ging. Ich schau einfach drauf jetzt. Scheiße, Mann. Und wieso hab ich den Hut wieder auf? Ich hab gerade echt keine Ahnung, wie das mehr ging. Ähm, Telefon, Telefon, das ist Telefon. Das war dumm. Eins, zwei, vier, sieben. Das werde ich mir ewig merken. Das war's, Detektiv. Ich brauche eine Patronung, um einen Suspekt zurück zu Central. Natürlich, Detektiv. Du hast ein message von dem Koronar. Du möchtest dich durchführen? Ja, Mann. Garuthers. Es ist Felts. Ich habe die Autopse. Ich habe die Autopse. Ein Blunt Metal Instrument. Die größte Worte wäre ein Socket Wrench. Also, die Verzweifung war die Blunt... Nein, die Verzweifung war die Autopse. Es ist nicht so, dass sie 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 nicht so. Was noch etwas? Er ist ein Kindes-Sex-Fähig. Die Tischen des Anusen wurden ungefähr ein 1 1 1 1 1 1 1, aber keine Träße von Semen in der Anus, Vagina oder Stomach. Danke, Doc. Operator, give me one or die. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is 1 Alonzo Mendez, a 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects return to Central. Interviews to be set up immediately. Got it, we're coming in. Okay. Gut. Und dann fahren wir doch jetzt mal. Ähm, nam 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 nam. Ich würde ganz gerne zu Mendez Wohnung fahren. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere in here. You've got a daughter. It's been enough time drinking, Cole. You find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Okay. Carothers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Oh, ich bin so gut im Fahren, ich kann... Das war eine ziemlich späte Reaktion von dir, mein Lieber. Irgendwo hier. Mendez Apartment. Herroio Ronaldo. Mein Name ist Mendez. Heißt der Typ da Wolfe? 16, alles klar. Mein Zücken klingeln? Klingel! Du klingelst nicht, okay. Okay, ähm... 16. 16, mal sehen. Gibt's hier einen Aufzug? Wahrscheinlich nicht. Ja, geil. Oh, wartet, 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 da war was. Hey. Achso. Also, vierter Stock. Hier. Die Apartment ist auf dem Topfloor. Kann es sein, dass die Apartment fast immer ganz oben sind? Ist das hier ganz oben? Ne, immer noch nicht. Okay.